Waldrich Coburg – Qualität, Technik und Innovation. Wir gehören seit 100 Jahren zu den wenigen Herstellern von XXL-Maschinen und sind weltweit bekannt für herausragende Spitzentechnologie in diesem Segment. Mit unseren Standorten in Coburg, Peking, Moskau und Erie in den USA bieten wir ein weltweites Herstellungs- und Servicenetz. Bei der Fertigung höchstpräziser Großwerkzeugmaschinen sind unsere hochqualifizierten Mitarbeiter die wichtigste Stütze des Unternehmens. Unsere Produkte finden ihre Anwendung im Diesel- und Gasmotorenbau, im Kraftwerkbau, im Werkzeug- und Formenbau, im Druck- und Papiermaschinenbau, in der Windkraftindustrie, in der Herstellung von Baumaschinen, im Schienen- und Weichenbau, im Werkzeugmaschinenbau, in der Luft- und Raumfahrt, in der Fertigung von Schiffspropellern, in Hütten und Walzwerken. In den letzten Jahren haben wir rund 60 Millionen Euro in den Standort Coburg investiert, um weiter Innovationen zu entwickeln und unseren Kunden immer die neueste Technologie anbieten zu können. Qualität, Technik und Innovation made in Germany. Überall, wo höchste Präzision und Zersparnleistung bei großen Werkstücken gefordert ist, ist Waldrich Coburg zu Hause.